Hallöchen zusammen. Heute One Take, das muss schnell raus. Verzehrt mir bitte, wenn ich mich ein bisschen räusperre oder mal einatme oder mal ähm sage. Das muss einfach schnell raus. Also, neuer Trickstar ist da und wir haben ein Problem. Ein ziemlich großes sogar. Was ist passiert? Trickstar hat ein Rework gekriegt und es ist terrible. Main Event, du schießt langsamer, es ist super zäh, es fühlt sich absolut nicht gut an. Add-Ons, Memento Blades sind terrible schon und im Mathematikbereich gleich nochmal kurz an. Chibons Autograph, Fispin Soda. Dieses Combo erweitern ist absolut useless, es bringt dir gar nichts. Ich weiß nicht was das soll. Die Kombos waren vorher schon großzügig genug und jetzt sind sie ein bisschen großzügiger. Funfact, der beste Combo gibt 3 Sekunden extra 15% von 3 Sekunden. Eher gilt der. Eher ist ein Foto Card, ist ein bisschen besser als vorher. Ich mag es trotzdem ehrlich gesagt ein bisschen weniger, weil sie haben sich sehr stark verkrüppelt im Vergleich zum PDB. Und Death Rose Compilation hat jetzt auch einen anderen Effekt gekriegt, weil das Alter tatsächlich mit dem aktuellen Main Event komplett überpowered wäre. Aber das ist schwächer als die Diamond Cufflings. Weil du willst das Main Event aktuell nicht nutzen, weil das Main Event gerade useless ist. Es ist so langsam, so zäh, so... Du willst es nicht verwenden, weil es sich mehr Slot als es dir hilft. Diamond Cufflings sind daher deutlich stärker aktuell. Zumindest haben wir dafür die Wedding for You Watch und die Lucky Blades wieder gefixt. Aber ja, abgesehen davon haben wir noch ein paar andere Probleme. Und dazu komme ich jetzt gleich. Ähm, aber erstmal bereitet euch auf eine Flashpoint vor, jetzt wird es gleich weiß. Ähm, Memento Blades kurz umrissen. Am wahren PDB auf nach 5 Sekunden Dauerfeuer ein extra Messer. Auf dem Live Service nach 7 Sekunden ein extra Messer. Nach 5 Sekunden war schon schwierig, was ein brauner Adon, mein Gott wie mein Guest. Nach 7 Sekunden Dauerfeuer... schwierig, weiß ich nicht. Ähm, mit den Messern. Früher brauchst du 2 Sekunden für den Perfect Down. Bisschen ungenau, weil du hattest ja variierende Wurfraten. Du wurdest ja nach 4 und 8 Messern schneller. Ähm, das heißt, du war so grob 2 Sekunden für den Injure und 4 für den Down. Beziehungsweise, wenn du mit 60% Genauigkeit schießt, ähm, 3,2 und 6,4. Ähm, klar, doppelt logisch. Ähm, wenn alles perfekt läuft. Ähm, mit den neuen Sachen 2,6. Was so ein bisschen gegen die Mentalität geht. Von wegen, wir wollen den Trickster schneller und mehr feuern lassen, die sie angekündigt haben. Und 4,2. Und jetzt sind wir bei 8,5. 8,5 ist ab mehr als das Doppelte vom alten Perfect Score. Ähm, wo jetzt die Schnelligkeit und das Tempo drin ist, weiß ich nicht. Ähm, am PDB waren es übrigens die selben Zeiten wie die alten Versionen. Das war tragbar. Ähm, Warzeck, einer der besten Tricks der Spieler weltweit wahrscheinlich. Und Endsay, probably, ich hab keinen Namen, wo den Namen ausspricht, Entschuldigung, haben wir auch in Google Docs zusammengeschrieben mit deutlich mehr Berechnungen als ich das jetzt gemacht habe. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Ähm, es war jeder gehypt drauf. Es war absolut unglaublich. Ich bin leider nicht drin, weil sie wahrscheinlich nichts von mir wissen. Keine Ahnung. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Ähm, es ist echt schlimm. Es ist absolut und tragbar gerade. Du kannst es kaum spielen. Ähm, lasst mich dann noch ganz kurz einen, äh, Vergleich bringen. Und zwar, äh, das, was ihr jetzt seht, ist aus meiner PDB-Aufnahme. Ähm, wir gehen jetzt gleich in den Chase und ihr seht gleich, wie schnell man geworfen hat. Ähm, bevor es, so hier, normale Messer, das sind vier Messer pro Sekunde. Das ist übrigens jetzt die Geschwindigkeit von Main Event. Ja. Das vier Messer pro Sekunde ist die Geschwindigkeit von Main Event jetzt. Das sind sechs Messer pro Sekunde, das Main Event von PDB. Gut? Gut. Äh, und last but not least, ähm, wie sieht's heute aus? Das war jetzt heute eine Aufnahme, ähm, als wir, äh, im Stream gespielt haben. Es fühlt sich so schlecht an, es ist so langsam. Äh, und noch dazu brauchst du zwei Messer mehr, um jemanden zu verletzen oder zu downen. Wenn, ich, 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 ich verlinke die Videos alle unten, wenn ihr das anschauen wollt. Es hört sich schlecht an, weil du die ganzen Messer klären hörst. Es, es, es fühlt sich schlecht an, wenn du Tricks da selbst spielst. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Ähm, ich hab keine Ahnung, wie ich, wie ich, was ich dazu sagen soll. Es ist echt schlimm. Es ist einfach nur abartig. Du hast so viele Probleme damit. Okay, wie könnte man es jetzt lösen? Einerseits natürlich die Tatsache, dass du, ähm, den, den anstrengenden, die anstrengende Wurfgeschwindigkeit wieder zurückgeben könntest. Und vielleicht dann dafür auch die, die sechs Messer Lesser Relation hits. Oder, dass du die vier Messer pro Sekunde wieder gibst, die im PTB waren. Und das Main Event natürlich auch entsprechend verschnellern. Aber aktuell fühlt sich es einfach nicht gut an. Noch dazu die ganzen Addon Probleme. Du müsstest die Deathrose Compilation nochmal überarbeiten. Du müsstest die, 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 die Spinsoda und das Autograph nochmal überarbeiten. Das, was es jetzt ist, fühlt sich scheiße an. Es tut mir leid. Ich möchte nicht sagen, Behaviour hat verkackt, weil ich weiß, wie das ist. Ich habe ja auch in einem Videospielkonzern gearbeitet. Oftmals ist es wirklich so, du willst was Gutes machen und du kriegst aber den falschen Chunk von Feedback in den Hals. Und dann machst du auch was Falsches. Mein Gott. Aber das muss halt gefixt werden. Und wenn Behaviour nicht den Bock hat, irgendwie was Neues auszuarbeiten, wird Deathrose und überfordert ist, weil sie eine fette Roadmap angekündigt haben, dann gebt uns zumindest den alten Trickster zurück. Egal. Wichtigste Links sind in der Beschreibung. Das war's für heute. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.